Das ist ein ganzer Samstagabend. Ja, das ist ein ganzer Samstagabend. Wo ist der Einsatz? Lass das sein, wirken wie Creme in die Haut. Das Ding ist ein Wasserbett. Ich träg' mich drauf. Was willst du mir erzählen? Vom Groban wachst du keine Ambitionen und den ganz großen Absprung. Es interessiert mich nicht, ich investiere lieber in Dinge, die mich interessieren. Das Fieber schwappt über. Es ist mal wieder ein Beweis dafür, dass viele und dein Bewusstsein erweitert wie LSD. Jetzt setzen wir schnelles Gegen. Ich bin doch auch auf der Suche nach dem Lebenssinn. Ich werd verbrauchen wieder durch schlässigen Gegenwind. Verdammt, ich glaub' nur mal Zeit, um einen Weg zu finden. Und ich hab' auch keine Lust, mich an Regeln zu binden. Ja, mein Leben wird geprägt von jedem Augenblick. Deshalb bin ich in euren Augen auch als Augenichts. Ich glaube nicht, dass ihr schafft mich rumzukriegen. Ich bin gar nicht rumzufrieden. Nur die Putten sagen, ich bin kriminell. Ohne meinen Anwalt sag' ich gar nichts. Hey, warum verfällt das ganze Land in Panik? Mann, das ist nicht unsere Schuld. Wir machen gar nichts. Außer ein bisschen Mucke und das Neue ist auch noch gratis. Ohne meinen Anwalt sag' ich gar nichts. Hey, warum verfällt das ganze Land in Panik? Mann, das ist nicht unsere Schuld. Wir machen gar nichts. Außer ein bisschen Mucke und das Neue ist auch noch gratis. Nichts. Die Gesellschaft sagt zu mir, du bist ein Tauge. Nichts. Auch alle sagen mir, du bist ein Tauge. Nichts. Die Eltern sagen mir, du bist ein Tauge. Nichts. Mittlerweile glaub ich selber schon, ich tauge. Nichts. Lass das hier erstmal einwirken. Lass das einwirken wie creme in die Haut. Das Leben ist ein Wasserwett. Ich leg mich drauf. Sie haben es wie ein Zeitraffer. An mir vorbeiziehen. Es gibt keine Hindernisse. Alles wird einfacher. Ja. 3 und 6 ein ganzen Liter Weihwasser. Und bin dann unschuldig. Wie nach nem Fleischbruch. Warum bist du so unruhig? Wie nach nem Einbruch. Auf ist alles leicht machbar. Das ist mein Einfluss. Ja. Und es ist gut, hab ich immer gedacht. Aber auf lange Sicht gesehen, hab ich ziemlich verkackt. Du kannst nicht machen, was dann irgend so ein Kinder dir sagt. Ich bin mein eigener Chef. Doch leider stimmt das nur fast. Ich chill halt gern, man. Was soll ich denn sagen? Hey, der Mensch wurde nicht geboren, um nur immer zu arbeiten. Denn nur Geld. Verkauf ich meine Seele nicht für Geld. Nur die Bullen sagen, ich werde kriminell. Hey. Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts. Hey, warum verfällt das ganze Land in Panik? Mann, das ist nicht unsere Schuld. Wir machen gar nichts. Außer ein bisschen Mucke und das meistens auch noch gratis. Hey. Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts. Hey, warum verfällt das ganze Land in Panik? Mann, das ist nicht unsere Schuld. Wir machen gar nichts. Außer ein bisschen Mucke und das meistens auch noch gratis. Wie ist mit euch? Die Gesellschaft sagt zu mir, du bist ein Tauge. Nichts. Die Ämter sagen mir, du bist ein Tauge. Ja, alle sagen mir, du bist ein Tauge. Nichts. Mittlerweile glaub ich selber schon, ich Tauge. Nichts. Ja. Ich bin ein Tauge. Nichts. Ich bin ein Tauge. Und bin ein Tauge. Nichts. Ich bin ein Tauge. Lucky you ist ein Tauge. Super weh auch. Dankeschön. Danke.